Gott sei Dank darf ich seit 1. Mai wieder hier in Österreich im Golfclub Linz unterrichten. Und gleich in den ersten Tagen, als ich wieder meinen Unterricht aufgenommen habe, ist mir wie immer aufgefallen, dass viele Hobbygolfer einfach nicht ihr wahres Potenzial erreichen können. Deswegen, weil sie Probleme mit der Handgelenksstruktur im Golfschwung haben. Und darüber möchte ich jetzt sprechen. Bevor ich dir jetzt zeige, was die Handgelenke genau machen, möchte ich etwas mit dir besprechen. Und zwar, was der Schläger eigentlich machen soll. Und da möchte ich zwei Phasen anschauen. Erstens einmal den Treffmoment und das zweite ist dann der Übergang vom Aufschwung in den Abschwung. Jetzt zum Impact aber zuerst. Der Schläger steht ja normalerweise im Setup fast gerade da, aber im Treffmoment soll der Schaft nach links geneigt sein. Und zwar, das schaut dann so aus. Der Schaft wird nach links geneigt. Und das hier reduziert den dynamischen Lauf des Schlägers. Das heißt, der Ball kann besser komprimiert werden. Der Ballkontakt ist wesentlich besser. Die fetten Schläge, also die vorher in den Boden geschlagenen Bälle, die aufhören damit. Und das Schlimmste, was man quasi als Hobbygolfer tun kann, ist, dass man mit einer Schaft-Rückwärtsneigung in den Ball reinkommt, mit so einem Löffeln. Und dann beginnt den Boden zu früh zu treffen, Slice zu schlagen, Sockets, Tops, da ist ja wirklich alles dabei. Und wie schaffe ich das nun? Ganz kurz nur ein wenig Anatomie. Ich habe hier meine Hand, meine Hände, meine Handgelenke. Und wenn ich die Handfläche in diese Richtung bewege, jetzt mit der linken Hand, dann kann ich hier meine Handfläche sehen. Dann nennt man das Palmar. Wie im Englischen, the palm of the hand. Ich kann meine Palms sehen. Also das ist Palmar, so kannst du es merken. Und das andere in die Richtung, nach hinten gebeugt, heißt dorsal, sagt man. Und dorsal heißt ja nichts anderes wie hinten im Lateinischen. Und das sind die Hauptbewegungen, über die ich jetzt sprechen möchte in diesem Video. Und zwar, wenn ich jetzt den Schaft neutral habe und ich möchte ihn nach links bringen, also nach links geneigt, und du schaust jetzt meine Handgelenke an, dann siehst du, dass mein linkes Handgelenk sich in die Richtung gebeugt hat, also dass ich meine Handfläche sehen kann, Richtung Palmar. Und die rechte Hand hat genau das Gegenteil gemacht hier. Der hat sich Richtung Dorsal bewegt. Also es schaut dann so aus. Das heißt, somit weißt du schon mal, dass im Treffmoment das hier der Zustand der Hände sein sollte. Wie viel, kommt darauf an, wie hoch ich den Ball schlagen möchte. Aber es ist sehr, sehr typisch, dass Profigolfer im Vergleich zum Setup ca. 20 bis 25 Grad mehr in diese Richtung hier eben gehen. Bei Hobbygolfern muss das vielleicht gar nicht so viel sein, weil sie weniger Schlägerkopfgeschwindigkeit haben. Aber ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man das versteht, dass das die Position im Treffmoment ist. Und erst durch die Treffmomentzone durch wird das hier aufgelöst. Und das beschleunigt dann noch einmal so richtig den Schläger. Aber was du eben nicht machen möchtest, ist, dass du das schon hier oben beginnst, also hier beginnst und so zum Ball kommst. Die zweite Phase, die wir uns jetzt anschauen, ist der Übergang von Aufschwung in Abschwung. Also von hier nach hier. Und hier ist es sehr, sehr auffällig, dass die Profigolfer, also wirklich fast alle machen das, dass sie hier die Schlagfläche, ja, so in Richtung Kamera drehen. Das kannst du jetzt vielleicht die Groove sehen. Ich drehe die Schlagfläche in diese Richtung hier. Das hat den Grund, dass ich die Schlagfläche um den Schaft herum früh herschließe. Das hilft mir dabei, dass ich hier, wenn ich dann hier im kurzen Treffmoment bin, dass der Schläger nicht so nach hinten steht. Weil sonst muss ich ja erst recht wieder dann irgendwie schauen, dass die Schlagfläche gerade hinkommt, ja. Und da muss ich eben im Körper stehen bleiben, muss dann diese komischen Bewegungen machen. Und das funktioniert einfach nicht. Und das ist etwas, was wirklich wahnsinnig, wahnsinnig häufig vorkommt, dass Hobbygolfer hier die Schlagfläche nicht in diese Richtung bewegen. Das heißt, eine sehr, sehr gute Strategie wäre es, wenn du verstehst einmal, dass wenn du hier in der Aufschung bist, dass das linke Handgelenk sich hier ebenfalls palmar, also ich sehe jetzt wieder die Handfläche hier, palmar bewegt, damit das eben die Schlagfläche ein wenig Richtung Kamera dreht. Du siehst, das schaut jetzt extrem aus, das ist natürlich in der echten Welt nicht so viel. Warum betone ich das so deutlich? Es ist ungefähr so wie Seilziehen. Wenn wir da jetzt Seil ziehen würden und der eine drüben zieht und ich ziehe und wir ziehen ungefähr mit der gleichen Kraft, ja, dann bewegt sich das Seil nicht. Das heißt, der Ingwer muss jetzt eine ganz schöne Portion mehr Kraft aufwenden, damit man eben das gewinnt. Und dasselbe ist im Goldschwung. Der Schläger möchte ja eigentlich im Schwung sich die ganze Zeit öffnen. Ich glaube, das liegt daran, weil der Schlägerkopf hier die Masse versucht, in diese Richtung zu bewegen. Also wenn ich das einfach loslasse, schau hier, dann möchte er einfach das machen. Und jetzt muss ich natürlich, nachdem der Schläger eigentlich das machen möchte, muss ich eine Gegenkraft verwenden. Also ich muss in diese Richtung drehen und das fühlt sich für mich an, wie wenn ich das doch sehr, sehr deutlich mache. Aber wenn du dann in der echten Welt anschaust, siehst du, dass der Schlägerkopf hier sich wirklich nur ganz leicht dreht. Aber es passiert und vor allem, es passiert die ganze Zeit im Abschwung. Es hört dann nicht auf einmal hier auf, weil wenn ich dann hier angelangt bin und ich würde jetzt beginnen, wieder aufzuhören, Kraft in diese Richtung zu geben, ja, dann möchte der Schlägerkopf wieder sich öffnen und dann habe ich wieder die Situation, dass ich kurz im Treffmoment mit dem Schlägerblatt offen bin und dann irgendwie das in letzter Sekunde retten muss. Das heißt, es ist wahnsinnig wichtig, dass du verstehst, dass im Abschwung du permanent Kraft in diese Richtung, also du musst um die Schaftachse, musst du versuchen, den Schläger zu drehen, damit du es schaffst, dass der Schläger auf eine gute Art und Weise zum Ball kommt mit der entsprechenden Schaftneigung. Schau, jetzt haben wir das wieder hier, dasselbe Verhältnis und das habe ich eben von hier oben bis hier unten durchgehend aufgebaut. Ganz wichtig. Da möchte ich, dass du noch etwas verstehst. Und zwar, wenn du die Handgelenke rauf bewegst, also das nennt man radiales Winkeln und du schaust auf die Handgelenke, da siehst du, dass das Handgelenk hier knickt, also dorsal wird. Und wenn ich hinuntergehe, in diese Richtung hier, also hier runter, nennt man das ulnares Winkeln, dann siehst du, dass mein Handgelenk sich wieder beugt. Das heißt, je mehr ich hinauf winkele, desto mehr öffnet sich eigentlich der Schläger, desto mehr werde ich hier dorsal. Und das ist ein Problem, weil viele Golfer glauben, okay, sie müssen hier extrem stark winkeln im Aufschwung und vor allem noch Ärger viel stärker gewinkelt sein im Abschwung. Aber was das tut, ist, wenn du schaust, winkeln, winkeln, das macht meine Schlagfläche wahnsinnig weit auf. Und das sehe ich eben sehr, sehr häufig in meinem Golfunterricht. Und das ist eine sehr, sehr schlechte Strategie. Viel besser wäre es, wenn man diese Winklerei ein wenig abstellt und versucht, das Gefühl zu haben, man wäre mehr ulnar im Aufschwung. Man kann ruhig das Gefühl haben im Aufschwung, dass man sagt, okay, man ist hier und hat das Gefühl, der Schläger zeigt noch in diese Richtung. Übrigens, wenn er das tatsächlich tut, dann hast du ein Problem im Griff. Dann ist der Schläger zu weit in der Handfläche. Da möchte ich dich bitten, dass du dieses Video anschaust. Bei der Schläger gehört hier etwas mehr Richtung Finger herunter. Und wenn du dann das Gefühl hast, dass du wenig winkelst, dann zeigt er trotzdem hinauf. Aber mein Gefühl ist, er zeigt eigentlich noch in diese Richtung. Also ich sage das mal ganz kurz vor. So, das ist jetzt wirklich vollkommen ausreichend, vollkommen ausreichend gewinkelt. Ich habe das Gefühl, der Schläger steht so da, aber tatsächlich, siehst du, ist er hier. Und bitte mach nicht den Fehler, dass du den hier in die Richtung ziehst. Das nennt man Überladen. Das würde ich dann eher den besseren Golfern lassen, dass sie das dann auflösen, diesen komplizierten Vorgang im Abschwung. Aber als Hobbygolfer tust du dir sicher mit dem Unterladen leichter. So, wenn du dich jetzt in diese angenehmere Position gebracht hast, hier für den Abschwung, weil du eigentlich eher unterladen bist, dann möchte ich, dass du jetzt Folgendes versuchst. Und zwar, dass du eben nicht versuchst, diesen Lack zu erzeugen oder hier eng zu werden. Es schaut vielleicht im Video so aus bei dir, dass du dann hier wirklich tatsächlich den Schläger wegschmeißt. Aber das ist nicht der Grund, warum das passiert. Der Grund, warum du das hier wegschmeißt, ist Thema für ein ganz anderes Video. Es ist viel komplexer, als das zu sagen, man versucht hier den Winkel eng zu lassen. Also das bitte nicht machen. Ich sage dir, das funktioniert nicht. Im Gegenteil, versuche sogar, den Schläger ein bisschen wegzubewegen in diese Richtung, Richtung Ulnar. Wenn du das dann von dieser Seite hier anschaust, dann siehst du, dass der Schlörkopf in diese Richtung geht. Und das hat auch den Vorteil, dass der Ellbogen jetzt nicht in diese Richtung geht. Wenn ich nämlich versuche, hier eng zu werden, Lack zu erzeugen, dann geht der Ellbogen in diese Richtung. Wenn ich mich in diese Richtung bewege, also versuche, das zu machen, dann bekomme ich den Schläger ein bisschen mehr nach hinten automatisch und ich bekomme auch den Ellbogen in eine bessere Position und nicht so hier. Das heißt, es hilft mir ganz, ganz stark beim Abflachen des Schlägers. So, und jetzt habe ich noch eine ganz, ganz tolle Übung für dich, damit du eben gerade hier unten lernst, das nicht in diese Richtung zu früh zu verlieren. Und zwar kann man da einen Ring verwenden, den man hier auf den Ringfinger steckt. Oder ich nehme einfach hier so einen Haargummi, gebe hier um meinen Ringfinger. Und die Übung sieht so aus, dass du zuerst aufschwingst, durchschwingst und hier nach dem Schlag hier, also wenn du hier fertig bist, bleibst du hier auf halber Höhe stehen und du möchtest jetzt hier auf dieser Seite den Ring sehen oder das Haarband in dem Fall. Wenn das so ausschaut, dann ist das zwar jetzt per se nicht falsch, aber für die Übung nicht optimal. Du möchtest es so richtig übertreiben und deswegen lass die Übung bitte so ausschauen, dass du hier den Ring siehst bzw. versuchst, das zu erzeugen. Das schafft man dann meistens im Probeschwung ja ganz gut, dass das dann hier funktioniert. Wenn man dann tatsächlich einen Ball schlagt, ja, dann wird es meistens nicht gelingen. Ich schaffe es sogar, aber ich weiß, ich habe das mal ganz, ganz stark trainiert. Aber diese Übung weiß ich von vielen Schülern von mir, dass die in wahnsinnig hilft, dass sie eben dann hier durch die Trefferminzone das Handgelenk in der optimalen Position haben, die rechte Hand dementsprechend auch mitarbeitet und wenn man dann eben hier versucht, den Ring auf der anderen Seite zu sehen, hat man das ja im absoluten Exzess und du wirst merken, dass die Bälle flacher weggehen, kräftiger weggehen und dann kannst du dann eben die Dosis wählen, wie viel du das machst. Aber das ist eine sehr, sehr spannende Übung. Das heißt nochmal, du willst weniger winkeln, nicht zu viel laggen, den Schläger hier gefühlt ein bisschen wegbewegen und dann kannst du ruhig den Ring raufbewegen und dann hast du eine gute Basis für den Saisonstart, dass du die Bälle so richtig knackig triffst. Falls du mehr über die Handgelenke im Golfschwung wissen möchtest, da habe ich hier oben eine Playliste für dich, wo du meine besten Videos findest, wo ich über den Handgelenkseinsatz beim Golf spreche. Also ich hoffe, wir sehen uns dann gleich bei der anderen Seite drüben. Tschüss!